Die US-Notenbank-FED sagt, die Zinsen werden länger hoch bleiben und vielleicht, vielleicht werden wir sie sogar nochmal anheben, wenn nötig. Die Märkte sagen, nein, 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 die Zinsen wirst du sowieso nicht mehr anheben, erstens und zweitens vor allem wirst du sie schon sehr bald senken. Und jetzt haben wir die Situation, dass damit die FED in eine unschöne Position kommt. Sie kann sagen und reden, was sie will. Die Märkte tun genau das Gegenteil, sagen, lass sie doch reden. Wir sehen doch, dass die Inflation zurückkommt. Wir sehen doch, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Also werdet ihr gar keine andere Option haben, ihr Notenbanker, als eben die Zinsen zu senken. Die Folge davon ist, dass sich die Finanzkonditionen aufweichen, dass also wieder neue Nachfrage entsteht. Wir sehen in bestimmten Bereichen wieder das erste Anziehen von Inflation, etwa im Nahrungsmittelbereich in bestimmten Produkten. Und dadurch eben jetzt die FED in eine schwierige Situation kommt. Die Finanzkonditionen lockern sich, damit wird das Potenzial für erneute Inflation wieder größer. Was wiederum dazu führt, dass die FED dann auch mit Blick auf die 1970er Jahre, als man die Zinsen zu früh gesenkt hat, wahrscheinlich sehr lange zögern wird, die Zinsen zu senken. Viel länger als die Märkte glauben. Und während der Zeit Euphorie herrscht, hurra, die FED wird irgendwann die Zinsen senken, wahrscheinlich schon bald, wird dann die Phase kommen, wo die Rezession da ist, aber die FED die Zinsen immer noch nicht senkt, weil sie eben in dieser 1970er Situation ist, dass sie sagt, naja, so schlimm ist es ja wahrscheinlich doch nicht mit der Wirtschaft. Und wenn wir jetzt die Zinsen zu früh senken, dann kriegen wir wieder Inflation. Und diese Phase dürfte für die Märkte sehr gefährlich werden. Wie Mohamed El-Erian gesagt hat, die Märkte glauben der FED nicht mehr, du wirst etwas komplett anderes tun, als das, was du derzeit sagst. So El-Erian hat auf den Punkt gebracht und hier sehen wir mal Economic Surprise Index der USA, also die Abweichung der Konjunkturdaten von der Erwartung geht immer weiter nach unten, gleichzeitig entspannen, lockern sich die Financial Conditions immer mehr, Kredite werden günstiger, die Leute werden auf dem Papier durch steigende Aktienmärkte wieder reicher gleichzeitig, aber sehen wir, und das ist der Grund, warum die Märkte zunächst mal gestern nach oben gegangen waren, dass die Job Openings so schwach waren wie seit zwei Jahren nicht mehr, wie seit 2021. Jetzt haben wir nur noch 1,3 offene Stellen auf einen offiziell Arbeitslosen, aber wahrscheinlich sind viel mehr arbeitslos als offiziell gemeldet. Jedenfalls war das eine wahnsinnige Abweichung von der Erwartung, das hat die Renditen nochmal nach unten getrieben und die Erwartungen nochmal geschürt, dass die FED schon sehr bald die Zinsen senken wird. Jetzt sogar eine Wahrscheinlichkeit von 14,5 Prozent, dass die FED schon Ende Januar die Zinsen senken wird, aber dann auf jeden Fall höhere Wahrscheinlichkeit am 20.03.2024 und sehr wahrscheinlich sieht man das dann am 5.01. Da geht man sogar davon aus, dass eine gute Chance besteht, dass bis dahin die Zinsen am 1.05., also 1. Mai, dass die Zinsen dann schon zweimal gesenkt werden sollten. Insgesamt jetzt 5,25 Basispunkte Senkungen eingepreist, also 1,25 Punkte und man ist also voll investiert in den FED-Pivot, in die Wendung der FED, glaubt aber dennoch irgendwie an ein Soft-Landing, warum die FED die Zinsen so stark senken soll, wenn die Wirtschaft ein Soft-Landing absolviert. Er schließt sich nicht ganz, however, die Renditen auch in Reaktion auf die gestrigen Daten zu den Jolls, vor allem jetzt unter der Marke von 4,20 bei den 10-ringen US-Staatsanleihen, wir sind TLT, das ist praktisch ein ETF, das länger laufende US-Anleihen abbildet, über dem Bollinger Band, also extrem überkauft, man war eine Zeit lang extrem überverkauft, als die Renditen gestiegen, gestiegen, gestiegen sind, jetzt fallen sie. Wir sehen, dass die Volatilität an den Anleihenmärkten viel, viel größer ist als an den Aktienmärkten, Stock Volatility versus Bond Swings, also gegenüber dem Move, das ist das Volatilitätsparameter an den Anleihenmärkten. Da sind wir auf dem niedrigsten Stand seit 1995, muss man sich mal vorstellen. Also, das ist schon ziemlich krass. Und das liegt eben auch daran, dass Paul versucht, die FED versucht, die Zinshoffnungen zu dämpfen, aber die Märkte tun das Gegenteil. Hier ein YouTuber schreibt hier, die FED hat die Kontrolle über die Interest-Trades verloren, über die Zinsen verloren. Will they try to regain control and crash the market? Ja, aber wie soll man sozusagen die Kontrolle wiedergewinnen? Das kann man ja nur durch Taten machen. Den Worten glaubt man nicht mehr, das haben wir gesehen. Was könnte man also tun, die Zinsen anzuheben? Aber das ist ja sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich im aktuellen Umfeld. Jedenfalls ist die FED, wie David Malpass, ehemaliger Weltbankpräsident, hier sagt, mit einem großen Verursacher dieser Probleme. Es ist ein gigantischer Hedgefonds, so sagt er. Er hatte vor allem die Illusion geschaffen, indem man praktisch massiv Geld gedruckt hat und der US-Regierung zur Verfügung gestellt hat, indem man die Anleihen der US-Regierung gekauft hat, natürlich von den Banken gekauft hat, über einen Zwischenhändler sei es drum. Aber man hat praktisch der US-Regierung die Illusion gegeben, naja, ihr habt doch wirklich viel Geld zur Verfügung. Die Verschuldung und all diese Probleme, die jetzt damit einhergehen, sind vor allem mit durch die FED verursacht. Und das gefährdet den Dollar, sollte vielleicht nochmal die Diskussion aufheizen, anheizen, ob wirklich eine Zentralbank das Richtige ist, denn die sind nicht schlauer als die Märkte insgesamt. Wir haben jetzt aber die Situation, dass wir, wenn Sie unten mal gucken, die Zinsen doch schon deutlich nach oben gegangen sind, dieser Abwärtstrend erstmal vorbei ist. Wir sehen, dass hier oben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wenn die Zinsen sinken, die Inflation wiederkommt, denn die ist strukturell, Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Demografie, also diese drei zentralen Inflationstreiber, die bleiben ja. Wenn die Zinsen sinken, dann wird das alles wiederkommen. Hier sehen wir nochmal, dieser Abwärtstrend ist eigentlich gebrochen und wir sehen, dass nach Zinsanhebungsphasen hier im unteren Chart jedes Mal etwas passierte und das dürfte auch diesmal passieren, dass irgendetwas kaputt geht und jetzt sind wir eben in dieser Phase, wo die Märkte sich noch freuen und sagen, hey, die FED wird die Zinsen senken, aber sich nicht die Frage stellen, warum das passiert oder ob das wirklich passiert, sondern sie wollen erstmal Party machen. Gestern war die Party wieder mal bei den großen Tech-Werten. Allerdings sind die zuletzt ja gar nicht mehr so gut gelaufen. Gestern war sozusagen eine Ausnahme. An 15 der 17 letzten Handelstage wurden diese Tech-Aktien verkauft, wie Goldman Sachs sagt. Und hier sehen wir nochmal gestern Technology mehr oder weniger neben Konsum und Discretion der einzige Sektor, der überhaupt positiv war. Aber hier sehen wir mal diesen Abstand. Die Magnificent Seven, die sind 5400 Prozent höher jetzt gestiegen, stärker gestiegen als der Equal Weight Index, der S&P Equal Weight Index. Also diese massive Outperformance, kein Wunder, dass man da mal ein bisschen die Chips vom Tisch nehmen will. In der Summe, hier sehen wir mal unten den S&P Future, die verschiedenen Tage, Freitag, Montag, Dienstag. Im Grunde sind wir seit einiger Zeit in einer Seitwärtsbewegung nach der Rallye zuvor. Jetzt lesen wir wieder Headlines Asian Stocks über die asiatischen Aktien as Fed Ratecut Bats heat up. Vorher haben wir am Montag quasi, glaube ich, gehört, Headlines, ja, sind diese Zinssenkungshoffungen nicht übertrieben. Das war sozusagen die Begründung, warum die Märkte gefallen sind. Wahrscheinlich fallen die Märkte und dann kommt die Begründung. Hier ist es so, hier steigen die Märkte und dann kommt auch die Begründung. Jedenfalls sehen wir, dass ja der Economic Surprise Index, den ich vorhin schon gezeigt hatte, deutlich nach unten geht. Der Ölpreis geht nach unten, folgt sozusagen diesen Konjunktursorgen, während zyklische Aktien deutlich steigen. Wer hat recht? Der City Economic Surprise Index oder die zyklischen Aktien, jedenfalls klafft da eine riesige Lücke. Wir sehen hier, dass der Arbeitsmarkt sich deutlicher abschwächt. Das haben wir gestern ja bei den JOLs schon gesehen, am Freitag die großen US-Arbeitsmarktdaten, heute 14, 15 die ADP-Arbeitsmarktdaten, so als eine Art Vorausschau. Aber jedenfalls sehen wir, dass Unemployment Level steigt und die Job Openings gehen runter. Das ist normalerweise die Phase, wo diese Geschichte sich dann beschleunigt, um dann in eine Rezession zu führen. Und das sehen wir zum Beispiel auch schon sehr gut beim Trucking Employment. Und das ist sozusagen ein super Frühindikator, wie viele Trucker, wie viele Lastwagenfahrer werden gebraucht, um die Waren zu transportieren. Je weniger gebraucht werden, umso weniger Waren dürften transportiert werden, umso wahrscheinlicher eine Rezession. Und wir sehen, dass dieses Trucker Transportation deutlich hier jetzt gefallen ist unter die Nullermarke. Normalerweise ein Zeichen für Rezession. Wir sehen gestern dementsprechend auch den Dow Jones Transports deutlich schwächer als der Dow Jones Industrials. Hier sehen wir ja nach Dow-Theorie eigentlich ein klares Signal, dass die Transports lange nicht so gut gelaufen sind wie die Industriewerte. Wir sehen Corporate Insiders sind ziemlich bearish. Bearish, die sind gut auf dem Verkaufsknopf und kaufen sehr, sehr wenig. Wir sind jetzt in einer der, wie soll man sagen, bearishsten Haltungen der CEOs, also der Insider in Unternehmen, die sich offenkundig hier mit Käufen zurückhalten. However, gucken wir nochmal auf die gesamte Weltökonomie und da sehen wir, dass Chinas Anteil sinkt. Erstmal seit 1994 sinkt Chinas Anteil am weltweiten BIP. Indien legt zu, ist allerdings noch hinter Deutschland und die USA bleiben dominant mit 25, über 25 Prozent ist man absolut dominant. China hat 17,8, Deutschland 4. Also der Stern Chinas ist so ein bisschen am sinken, während der Stern Indiens, zumindest an den Aktienmärkten, nach oben geht. Hier sehen wir Indien, die Marktkapitalisierung jetzt 4 Billionen Dollar erstmals diese Marke erreicht. Und unten sehen wir einen Vergleich zwischen dem indischen Aktienmarkt und dem chinesischen Aktienmarkt. Und da sehen wir, das ist auf jeden Fall eine ziemlich klare Geschichte für die Inder. Da ist man massiv gestiegen, während China massiv schwächelt. Das gilt auch, nämlich das Schwächeln für die deutsche Industrie. Wieder mal schwache Daten. Minus 3,7 Prozent der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Minus 7,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Da spielen auch Großaufträge oder ausbleibende Großaufträge eine Rolle. Aber dennoch ist das natürlich ein Warnsignal, insofern als auch besonders schwach der Maschinenbau war. Also die deutsche Kernkompetenz gleichwohl. Der DAX ja gestern auf einem neuen Allzeithoch und heute neue Daten auch in Sachen Stromproduktion. Deutschland oder in Deutschland wurde 20,3 Prozent weniger Strom produziert als im dritten Quartal 2022. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Fünftel ist mal eben weggefallen. Wir sehen, dass die Erneuerbaren hier zulegen. Jetzt 60,2 Prozent. Die konventionellen nur noch 39,8 Prozent. Aber das bedeutet eben auch, da wir nicht immer genug Erneuerbare haben, wenn Wind und Sonne nicht richtig funktionieren, müssen wir importieren. Und so schreibt eben das Statistische Bundesamt, dass vor allem der geringere Strombedarf infolge der konjunkturellen Abschwächung für die geringere Stromproduktion verantwortlich ist, aber vor allem auch der vermehrte Import von Strom aus dem Ausland. Also wir haben jetzt immer mehr Erneuerbare, müssen aber offenkundig deswegen immer mehr importieren. Und gleichzeitig sackt unsere Industrie ab. Das ist eine glureiche Mischung. Und hier haben wir auf der Weltklimakonferenz im Grunde nochmal eine Watschen bekommen. Wir Deutschen respektive die Bundesregierung, in dem 22 Staaten angekündigt haben, die Atomkraft verdreifachen zu wollen als Antwort auf die Klimakrise, wie man sagt. Aber wir meinen, dass wir natürlich wieder komplett recht haben. Die Belgier, die Niederländer, die Polen, die Tschechen, die Slowaken, so ziemlich alle um uns rum sehen das anders. Und das ist faktisch dann so, dass niemand, wirklich kein einziges Land unsere Energiepolitik nachahmt. Und da stellt sich eben die Frage nach dem Geisterfahrer. Wir glauben ja, dass die anderen die Geisterfahrer sind, aber werden wahrscheinlich feststellen müssen, dass wir die Geisterfahrer sind. Dennoch, der DAX ist auf einem neuen Allzeithoch. Diese Rally ist nicht normal. Warum ist die nicht normal? Das lesen Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. China, der Anteil sinkt am weltweiten BIP. Das ist ein beispielloser Niedergang, der auch durch Demografie noch beschleunigter werden dürfte. Zweite Empfehlung. Indien legt zu, USA bleiben dominant. Und die dritte und letzte Empfehlung. Vielleicht sind diese Zinshoffnungen, nehme ich auf sinkende Zinsen, Zinsen sind so ein bisschen übertrieben. Davor warnt BlackRock dritte Empfehlung heute Abend. Ja, keine Marke flüstert, weil 19 Uhr das Webinar mit André Stacke. Daher diese drei Empfehlungen. Und ich hoffe, wir sehen uns heute dann um 19 Uhr zum Webinar. Ich freue mich auf Sie. Servus. Ciao.